wunderschön im lauesten lüftchen hier einfach zu fliegen perfekter tag für einen ersten ehrlich ganz sachtes tragen absolut laminarer wind wunderschön so stellt man sich das vor was hier so kommt ein bisschen stumpf ist er also schwerpunkt mit 95 auf jeden fall ja sie zieht auch deutlich die nasen nach oben da merkt man wieder hoch schön unheimlich toll wahnsinn aber immer die nase leicht hoch also tatsache schwerpunkt zu weit vorne sofern ein bisschen fahr reinkommt immer die tendenz mit nase machen aber war traumhaft schön zu fliegen traumhaft